Der spirituelle Name Udhava. Udhava ist ein spirituelle Name für Aspiranten mit Krishna-Mantra. Udhava heißt Opferfeuer. Udhava heißt Vergnügen und Freude. Udhava ist auch der Name eines Schülers von Krishna. Udhava bedeutet also, du willst voller Feuergott dienen. Du willst alles, was du tust, als Opfergott darbringen. Alles, was du tust, soll nach oben gehen. Ud heißt ja auch nach oben. Havar heißt ja auch Feuer. Udhava ist das Opferfeuer, das nach oben gehen soll. In diesem Sinne, was auch immer du tust, willst du Gott darbringen und so zum Wohl des höchsten Tuns tun. Udhava heißt aber auch, du willst es mit Freude tun. Udhava war ein Onkel von Krishna, ein Verehrer von Krishna, ein Freund von Krishna. Ich habe einen längeren Vortrag gegeben über Udhava. Dieser ist eingebunden und auch als Niederschrift erhältlich auf wiki.yoga-vidya.de-udhava. Und so will ich diesen Vortrag jetzt kurz halten.